Hool von Philipp Winkler Das ist kein Buch für schwache Nerven. In diesem Debütroman geht es ums Prügeln und Verprügeltwerden. Um Fußballfans außer Kontrolle. Um Hooligans, die sich jenseits der Stadien zu Schlägereien verabreden. Warum diese Gewalt? Warum tun Leute das? Wie kommt man dazu? Welchen Background hat man oder muss man vielleicht haben, um da reinzukommen? Hool ist die Geschichte eines Außenseiters. Die Geschichte von Heiko. Der Vater, Alkoholiker, die Mutter, abgehauen. Zweimal ist er durchs Abi gerasselt. Alles, was er hat, ist Wut. Und alles, was er glaubt zu können? Kämpfen, Matches organisieren. Ich spucke meinen Zahnschutz in die Hand. Er verklebt mir die Handfläche mit Blut. Mein Gesicht pulsiert in heißem Schmerz. Ich sehe zu Ulf auf. Hoffentlich gibt's noch eine zweite Runde. Der Sound des Romans, so rau wie die Hools. Heikos Ersatzfamilie. Die meiste Arbeit an der Sprache war, eine Balance zu finden, die eben nicht zu sehr in diese mündliche, idiomatische Richtung geht und auch auf keinen Fall zu literarisch und zu künstlich klingt. Stück für Stück setzt Philipp Winkler das Psychogramm eines jungen Mannes zusammen, der keine Worte für seine Gefühle findet. Heikos Antwort? Gewalt. Hool geht an die Schmerzgrenze und lässt eine große Sehnsucht spüren. Nach Liebe, Freundschaft, Familie. Nach Liebe, Freundschaft, Familie. Nach Liebe, Freundschaft, Familie. Bis zum nächsten Mal.